Ich habe keine Ahnung, wie ich euch erklären soll, was ich nicht erklären kann. Puh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Leute. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Weil ich innerhalb von ein paar Tagen eine sehr, sehr große Entscheidung getroffen habe und ein sehr, sehr großes Risiko gerade eingehen möchte mit dem nächsten Video. Ich kann nicht ins Detail gehen und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ich hoffe, ihr vertraut mir einfach bei der Sache, obwohl ich nicht mal sicher bin, ob ich mir gerade selber trauen kann. Ich bin gerade sehr weit weg von zu Hause und plane, was richtig Krasses durchzuziehen. Ich kann euch einfach nicht einweihen, weil es viele von euch geben würde, die sagen würden, Alter, mach das nicht. Alex, das ist too much, Alter, mach das nicht. Ich werde das hoffentlich bald aufklären. Wenn der schlimmste Fall eintritt, dann kann es aber auch sein, dass ihr eine Weile nichts mehr von mir hört und ich würde euch keine Angst machen, aber vielleicht gar nichts mehr von mir hört. Es ist mega schwer zu erklären, warum ich gerade dieses Video mache und ich kann nicht ins Detail gehen. Ich kann es nicht erklären, Leute. In den nächsten Tagen kann ich nichts von mir hören lassen. Es geht nicht. Und falls, und ich tue natürlich alles, dass es nicht so ist, aber falls nichts mehr kommt auf Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, wo auch immer, dann kann sein, dass die Sache ein bisschen schief gegangen ist. Okay, mein Bank.